und herzlich willkommen zurück zu so würde gab mein kurs wieder ein bisschen hübsch gemacht hier das ist auch noch alles anlaufen wir haben alles repariert wir haben noch ein paar rauchbomben nachgemacht ich glaube ich habe jetzt genug steine gesammelt die 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 ich will ja auch nicht mein ganzes winter wieder vollmüllen zwischen 3 und 18 uhr bachari bucht feuerkopfzikade die wird schwierig zu finden sein zwischen 3 und 18 uhr jetzt echtzeit oder palierzeit bei dir ist also abenddämmerung ich habe dir jetzt ein paar steine geholt hier wird ja hoffentlich reichen hoffen wir mal zwei minuten pro stein und nicht auf 15 euro ja so ist es ihm halt nie mann und mann und mann ist ein bisschen und den pauchlich noch umbauen kaffee 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 das eigentlich mit 1 bin ich erst das schabberfleisch machen das ganze eisern haben wir jetzt auch für gearbeitet ist das wir können mal wieder ein neues besorgen so der schrank schon mal aus da der schrank 6 und könnte der schrank hier erst gestellt werden kommst du denn da in die ecke ja ne doch nicht von hier ist das stein himmelblauer stein hüpfer ich habe mir doch nicht die wohnung mitgenommen habe ich die wohnung mit dabei oder habe ich sie nicht mehr dabei an den bäumen habe ich bisher bis auf diese eine zikale habe ich da nichts daran gesehen blau genau richtig orange ist ein brot was das ist los und 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 so Kleinmond Barsch, wo krieg ich den denn her? Keine Ahnung Verlier... Fischrundarten... Äh, Grundorte Geht über 76 Fischarten Ja Viel Spaß versuchen Wie heißt der? Kleinmond Barsch Kleinmond Barsch Also mit K Ja, ist ja gut, Mann Hm? Es gibt keinen Kleinmond Barsch Okay Warte mal... Warte mal... Bringing den Kiel... Ein bisschen... Ein bisschen... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Dann müssen wir das wohl ein bisschen mehr einschränken. Nicht Fische. Nur ein Barsch. Was war denn dieser Regenbogenfalter oder wie das auch immer heißt? Ein gewöhnlicher Barsch, über den es nicht viel zu sagen gibt und dafür bekannt ist, dass er gelegentlich aus dem Wasser sprengt. Kann mithilfe von Würmern in Kilimasee gefunden werden. Sieh's the wall. Das ist doch das, was ich da wissen wollte. Gemeiner Blaufalter. So, dann machen wir da. See Kilima. Mit Wurm. So. Ja, wo den Silber Erlitz gibt. Oder die Elritze. Silber Elritze. Weiß ich. Der Goldblatt. Nee, die krieg ich nicht alleine. Warte mal. Ft. Pavel. Mina. Ja, ist da oben? Okay. Den soll's hier drinne geben. So, der Goldplatz. Oh, zwei Stück sogar. Nice. Flüssel, Kilima. Aua. Fluss. Kilima. Ah, morgens und mittags. Och ne. Morgens und mittags. Und ich brauch'n Wurm. Mit Wurm. Pink Flair? Achso. Kommt hier jetzt jemand her zum Fällen oder nicht? Ist das so ein Kilima? Ne. Bahari, zwei Stück, zwei große. Da komm' ich jetzt gerade nicht so schnell hin. Oh, scheinbar keiner interessiert zu sein, gerade. Nö. Toll. Hey. Bist du bald mal fertig? Was will ich denn jetzt schon wieder auf? Einen Moment. Ich muss mal kurz Pause. Ja. Mach das mal. Ja. Wir warten auf besseres Wetter. Warten auf besseres Wetter. Warten auf besseres Wetter. Und zwar gut, dass man da zusammenarbeiten muss, aber es wird nervig, dass man immer warten muss. Wollen wir abholzen? Wollen wir abholzen? Wollen wir? Wollen wir abhacken? Wollen wir abhacken? Ich ziehe ihn auf Flur. Okay. so weiter gegen gleich eine mülltüte als eine mülltonne ja hier damit unsere mülltüten da nicht immer aufgehangen werden also die playing nancy gleich vorbei okay ist ein schick nice und was für ein zufall unser weizen ist auch fertig und unsere tomaten auch warum haben wir tomaten gekauft weil das spiel ein ist ja öfters mal keine sorge leute das ist nicht nur das eine spiel das sind alle spieler die ein dessen da kommen wir jetzt mal ein paar hier erz an die weiche war besuchen noch eine belle das können wir gleich abschneiden ich glaube die gibt es wirklich nur im behar bin ich ja gerade unter so komische ich glaube so eine gelbe ist das nach am boden hängen tomaten müssen wir jetzt auf jeden fall wieder pflanzen und weizen auch alles mit der vorräte ausfüllen so tomaten wir brauchen drei tomaten für zwei wir brauchen vier also sechs was war doch noch an dem fluss haben wir hier die mutter im buch wird das puls worte vorbeigucken vielleicht können wir daher noch ein bisschen was aber erst so müssen wir diese rolle zikade wir können dann noch ein stellen reinpacken die zikade ok bahari bucht die zu finden ist kommt schon zikade was sie wurde jetzt schon noch die gesucht habe mal sie ist ein brot hier weiter da haben wir doch ein tolles gespräch gehabt mit ihnen die gestern hat sie irgendwie was gefragt oder so geschrieben ach so und danke dass du hergekommen bist und mit der kühlschrank war noch nie so voll da mault sie ihn an von wegen jahren hättest es doch bescheid sagen können woher soll ich denn das wissen dass sie einkaufen müssen und ich habe zu ihr letzte woche noch gesagt oder so montag spätestens dienstag müssen wir wieder was einkaufen ja dass wir wocheneinkäufe machen so und naja gut wir brauchen nicht unbedingt viel na bis auf also brot und ja und diverse sachen die ich dann so gesehen habe die gerade im angebot sind aber jetzt haben wir schon mittwoch also brauche ich da im prinzip gar nicht mehr hin weil die angebote schon alle leer sind meistens ja und wir haben am montag habe ich noch mit ihr gesprochen oder so von wegen ja dann kommst du morgen her gehen wir einkaufen und holen mal eben das was ich da so rausgesucht habe müssen mal wieder überall hin ich weiß nicht ob sie das als spaß gesehen hat oder so als ob ich darüber schätze machen würde keine ahnung auf jeden fall war sie dann angepisst dass christian gibt es war das nix für dich das ist kaffee so ist das mal ne so lange das hier noch alles läuft ich glaube nicht ja normal ist das hier dann gewöhnchen klein mund barsch see gold lachs fluss und dieser mara brauchen wir auch noch so diesen qualitätsdünger kann ich machen muss ich selber machen aber jetzt brauchst du die auch nicht mehr doch ich brauch den noch aber als erstes werden jetzt die fische gefangen und das saham samara gesucht mal wieder aber das machen wir erst in der nächsten folge wir sehen uns wie facebook ich ich in ich ich ich